Und hallo, da sind wir wieder, zu Indiana Jones' The Fate of Atlantis. Zweite Folge, zweite Aufnahme. Und wir müssen hier mit dem guten Beleuchter ein wenig quatschen, deswegen machen wir das gleich mal. Entschuldigung. Denk einfach und den Show sehen. Der muss... Hier, meine Freunde, ist Atlantis. Und wie es in seiner Zeitpunkt sah, könnte es in seiner Zeit sein. Glorievoll, prospere, soziale und technisch erhöht. Beyond our wildest dreams. 5,000 Jahre, while everyone else still wore animal skins, the mighty spirits of Atlantis dared to build a city where knowledge and power were united in true happiness. Centuries later, the famous philosopher Plato wrote about it. He placed Atlantis on a continent out in the deep ocean. And described how it was divided into three circular parts. Such as you see here. Isn't she something, she can go on for hours? So, da hat mich die Sophia glatt unterbrochen. Nun gut, wir versuchen noch mal mit ihm zu reden. Excuse me. Shh, she's just coming to the exciting part. What befell the serene city? We may never know for sure. Was it the sea level, slowly creeping higher? Or the earth itself, suddenly shifting? However it happened, panic must have gripped the citizens on that fateful day when proud Atlantis sank beneath the waves. Or, perhaps it was a volcanic eruption, and something remains even now. On some questions, the great spirit who guides my thoughts. The all-seeing Nur-Ab-Sal is silent. So, also wir hören jetzt gerade, was über Atlantis gehört, und, ähm, über den allsehenden Nur-Ab-Sal. Ja, viel Interessantes war eigentlich nicht dabei, ähm, ja, wir versuchen noch mal mit dem Beleuchter zu reden. Excuse me. Yeah, what now? Ah, und diesmal klappt es. So, was nehmen wir denn mal? Ah. So, wir feuern ihn jetzt mal. Okay, das geht anscheinend nicht. Ähm. Na, nehmen wir das. Okay, der lässt sich anscheinend nicht verarschen. Ähm, ja, versuchen wir es anders. Excuse me. Yeah, what now? So. Isn't there something you'd rather be doing? Like what? Showbusiness is my whole life! Okay, also er weiß nicht, was er anderes tun sollte. Ähm. Dann fragen wir ihn, ob er nicht liest. Don't you ever read? Sure, it's a hobby of mine. Okay, es ist also sein Hobby, das er liest. Hm. Dann fragen wir ihn, ob er was zu lesen haben möchte. Okay, jetzt hat er gesagt, er würde vielleicht mal, ähm, reinschauen. Gibt Zeitung an Leuchter, das klingt ja logisch. Okay, das ging einfach. Er guckt jetzt, ob die Dutchess gewonnen haben und wir passen natürlich auf das Licht auf. Und, ähm, wir drücken einfach mal. Okay. Okay. Gut, da passiert noch nichts. Das heißt, wir müssen hier wohl mit diesen drei Hebeln eine bestimmte Kombination hinbekommen. Und jetzt ziehe und drücke ich einfach mal ein bisschen hin und her. Das hat wohl auch nicht gekleppt. Okay. Und die äußeren vielleicht mal drücken. Grün sieht immer gut aus. Und da passiert auch schon was. Zumindest leuchtet dieses Gespenst oder ähnliches. Aber irgendwie bewegt sich noch nichts. Aber die mittleren vielleicht nochmal? Okay, das war wohl falsch. Ach, wir haben da noch einen kleinen Knopf. Äh, okay. Das geht aber wieder weg. In Ordnung. Dann drücken wir den Knopf mal. Jetzt fliegt der Geist los. So, damit ist offenbar die Show vorbei. Was uns natürlich nicht wirklich viel ausmacht. Oh, nein! Sieht, wie Kerner hat hier erst. Bleib dran. Oh, das Büro, die Umkleide wurde offenbar durchsucht. Von Kerner. Und wir schauen mal kurz raus, ob er hier steht. Nein, da ist er nicht. Also, da ist er wahrscheinlich schon weg. Oder auch nicht. Aber der hat sich einen neuen Kittel besorgt. Dr. Obermann. Fantastic News. Wir haben das Schild. Wir haben das Schild. Wir haben das Schild. Wir haben das Schild. Und wir haben das Schild. Und wir haben das Schild. Und dann eine neue Energiequelle für das Dritte Reich, was die übrigens sehr, sehr schön sagen auf Englisch. Naja, wir werden jetzt mal weiterreden mit der guten Sophia. Und zwar, hm. Aha, so ein paar Atome ist ja egal. Achso. Ich dachte immer, dass du einen guten Wissenschaftler machen würdest. Ähm. Achso. Ja, also der Indy glaubte, dass sie, die Sophia, eine gute Wissenschaftlerin wäre, aber sie hätte natürlich nie über die Funde geschrieben, hoffe ich. Yet you never published a word about your finds. Artifacts such as Archeology has never seen. Hm. You're lucky I don't have you arrested. So. So what if I kept a few pieces for myself? Look for a small coppery bead under those clippings in my desk. What do you know? Ah, hm. Und der Kerner hat offenbar dieses Halsband verwessen, beziehungsweise nicht mitnehmen können, natürlich. Und sie steckt diese Kugel aus Orichalcum in den Mund, in dem kleinen Katzenbild. remember? Did you see that? Yeah, creepy. Is your electric bill paid up? That was Nur Abshal. His spirit is close. Natürlich. Ähm... Nur Hu-was. Nur Hu-what? Ich glaube, dass ich diesem Orichalcum-Business keine Credence gegeben habe, die ich nicht. Okay, ähm... Ja, er glaubt nicht daran... Ähm... Aber wenn er daran glauben würde, dann haben wir keine Idee, wo der Mythos zu finden ist. We have no idea, where to find your mythical lost city. Shhh... I'm getting something. Nur Absal speaks. He bids us find the... What? A book, yes. The lost dialogue of Plato. Another fine myth. Also wir sollen offenbar laut Nur Absal den verlorenen Dialog von Plato finden. Ähm... Ja... Das ist ein legendärer Schwindel, natürlich. That book is a legendary hoax. What if the Nazis have already found a copy? You ever think of that? Hmm... Gut, ähm... Offenbar ist er halbwegs überzeugt. Okay. You found this stuff in Iceland, right? Yes, near our old digg site. I thought so. Who's working there these days? Bjorn Heimdahl, I believe. Maybe we should pay him a visit. What do you say? I thought you'd never ask. Gut, und damit werden wir jetzt wohl nach Island aufbrechen, um nochmal zu gucken, ob da etwas Interessantes für uns zu finden ist. Und die nächste Schimmelreise-Sequenz. Ja, dann gehen wir mal in die Ausgrabungsstätte. So, ich werde mal kurz was schauen. Das muss nur speichern. Okay, das geht offenbar nicht. Ich hätte gern die Untertitel eingeschaltet. Aber ich habe jetzt spontan keine Idee, wie es geht. Deswegen wahrscheinlich erst zur nächsten Folge. Gut, gehen wir mal zu dem guten Björn Heimdahl. Dr. Björn Heimdahl. Dr. Heimdahl. Dr. Indiana Jones, I believe. And Madame Sophia Hapgood. This is my digg site now. Go away. Okay, er möchte uns gerne wegschicken, weil das jetzt seine Ausgrabungsstätte ist. Wir sind also alles wieder kleine Kinder, die ihre Schaufel behalten wollen. Dr. was erwarten Sie hier zu finden? What do you expect to find here? The secret of Hypervaria. That's what the Greeks called Iceland, you know? You've read how they sailed north to a fog shrouded land and how they never set food upon it? Ha! After traveling thousands of miles, mere fog wouldn't turn them back. Some idiots claim they were repealed by ghosts. Papika, you know have actually stopped them here? Oh, I've understood him very well and... I don't know, but maybe Sophia has an idea. Forget it. I'll just tell you. He stopped by a forest field. Put here by pinks, not at this earth. Hmm, that's fascinating, Doctor. Let's begin with Plato's lost dialogue. Have you ever heard of Plato's lost dialogue? Yes, there are rumors about such a book, but I've yet to see it. There are two people you might want to visit. Charles Sternhardt in Tikal, a shady fellow, who claims he translated the whole thing. And Felipe Costa in the Eighth North Island. As a researcher he's a farce, but he's a sharp razor. Okay, so there are obviously two people, who have something to do with the lost dialogue or could have something to do. And, uh, we'll ask for the spirits, who are apparently here. Why do these beings here show up here? I'm convinced that these travelers came to Earth to form colonies like Atlantis, using Hyperbaria as a fake part. Up north here, we're close to the ether. It's a perfect land inside. Oh, okay. We'll ask him if he is supernatural. So you completely discount the supernatural? Completely! If it's supernatural you want, talk to Sternhardt and Costa. What is this thing you're working on? The bronze eel here? Oh, it's probably a homing beacon for wayward spaceships. Soon I'll have it out of the ice. What is this eel artifact again? I already told you. It's, uh, an Atlantian tooth warmer. I think. Okay. Okay. he's looking for Atlantian artifacts, but we're theoretically ready, because we know, who could have the lost dialogue of Plato. what could have. Excuse me. What's on your mind? I think the good doctor's got frostbite of the brain. I'll say, spaceman my eye. Good. There's an ice-legged object. Let's see it again. Let's see. It's an eel figurine trapped in ice. Okay, I don't know if we're really ready. Ah, let's talk about the doctor. Pardon me. You again. Must you buy your me? So. Ach so, we didn't ask that. Then we ask, what's the connection between Hyperborea and Atlantis? So what's the link between Hyperborea and Atlantis? Right, the Yastro expedition. The one you're about to work on. Recently I saw pieces from it. Pieces that are clearly Atlantian. I see. Somebody. Somebody must have been selling them. Go ahead. Blame it all on me. Okay. Ah, I'll say that again, but I think there's nothing. Where did you say that these pieces came from? These artifacts of Atlantis, Yvonne. Talk to Sternhardt and Costa. Okay. Good. We know now, who has sold the Atlantis pieces. I'll try again with Sophia to talk. Sophia. Let's push forward. Let's push forward. We take the next step. We'll take the next step. We'll be back to Tikal. And that ends the first episode, or the second episode. We'll see you later. In death. All right. all. By the time….